Moin zusammen, nach dem Spiel in Wolfsburg sind wir jetzt voller Tatendrang in die Trainingswoche gestartet, haben ja da in den letzten zehn Minuten nochmal das Spiel gedreht und freuen uns jetzt auf das nächste Heimspiel hier vor heimischer Kulisse. Würde uns natürlich freuen, wenn diesmal wieder so ein bisschen die Marke von 2000 geknackt werden würde und ja, sind gut vorbereitet, haben jetzt noch zwei Trainingstage vor uns und werden uns da noch den letzten Schliff holen. Lübeburg ist, von der Tabellarisch sind wir Favorit, aber ist natürlich jedes Spiel in der Regionalliga ist da auf Messerschneider und wir wollen da zusammen mit den Zuschauern wieder die nächsten drei Punkte holen, um es da in der Tabelle zu festigen und ja, noch ein bisschen mehr nach oben anzugreifen und vielleicht dann doch noch die Mannschaft zu werden, die nicht, keine Zweitvertretung ist und da unter den besten vier, fünf da in der Liga uns da etablieren. Das wäre schon ganz nett. Ja. 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 Ja.